Yay! Das hier, das kennt ihr ja vielleicht. Habe ich schon das ein oder andere Video mitgemacht. Hat mir der Michael geschickt. Und leider ist mir irgendwann mal rausgerutscht, dass dieser Regler hier bisschen zu wenig weit nach im Uhrzeigersinn geht. Und was passiert, wenn man sowas rausrutschen lässt? Sowas passiert. Es ist von Michael. Ich habe keine Ahnung, was drin ist, aber ich bin total gespannt. Seid mit mir gespannt. Yeah, Baby. Unboxing, echt. Ich bin ganz ehrlich, ich habe mir noch nie in meinem Leben ein Unboxing-Video angeguckt. Auf der anderen Seite hat mich auch noch nie so interessiert, was in einem Kästchen ist, wie in diesem Fall. Kurz, wenn es Unboxing-Videos mit diesem... Kann es ja nicht geben. Gibt es ja. Ich glaube, ich mache das gerade komplett falsch. Gedenksportaufgabe jetzt hier. Ah ja. Läuft. ISOFAS MK2. Jetzt bin ich aber doch tatsächlich sehr geehrt. Man. Guckt euch das mal an. Boah, Alter. Leckt mich am Arsch. Da steht ISOFAS drauf. Wer wäre ich, wenn ich das jetzt nicht ausprobiere? Ich habe da mal was vorbereitet. So. Lass mal vorsichtig gucken, ob das alles geht, ne? Ausreichend gestimmt und läuft. So. Wo ist denn der in? Boah, mit Netzteilanschluss. Alter, wie geil ist das denn? Ich hoffe nur, dass das jetzt angeht, wenn ich da mal so... Und sonst, naja, Netzteil haben wir ja da. Es geht an. Mit Füßen. Ich werde... Gain schon mal auf volle Pulle gestellt. Ich halte es nicht aus. Wir drehen das mal vorsichtig rein. Und jetzt mal so Volume vielleicht auf Mitte, hm? Okay, Volume mehr. Ja, lass mal es mal brutzeln. Yeah. Ja. 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 Das ist das halbe... Okay, Anschlag. Machen wir einfach mal. Ja. 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 das bret ja jetzt ganz ordentlich wir sind es mit dem vergleich zu leise das ist ja wichtig wir haben jetzt so einen brutzligen sound irgendwie und der muss wenn ich jetzt muss ich in der band irgendwie drauf treten und dann muss einfach die hölle losbrechen und das tut es jetzt lieber michael ich danke dir sehr herzlich dafür ich bin unfassbar geehrt und das ding kommt auf jeden fall ab jetzt immer mit in die kiste wie fett geil läuft läuft ich 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 Vielen Dank.